In Neubau steckt Neu und damit die Möglichkeit, endlich mal alles nach deinen Anforderungen und deinem individuellen Stil zu gestalten und einzurichten. Dazu gehören auch die Böden. Mach doch mal, was du willst. Im Grunde kannst du aus dem gesamten Spektrum an Hartböden wählen. Denn anders als in Ausbau- oder Renovierungssituationen ist der Untergrund hier geradezu mustergültig. Trocken, eben, sauber und tragfähig. Der ist ja neu. Trotzdem solltest du den Boden daraufhin immer testen. Sicher ist sicher. Ein wirklich planebener Boden schafft dann beste Voraussetzungen, zum Beispiel für das klassische Klick-Vinyl. Das ist ideal, wenn ihr einen fußwarmen und gelenkschonend weichen Boden haben möchtet. Habt ihr eine Fußbodenheizung im Estrich verbaut? Dafür eignen sich fast alle unserer Hartböden. Klick-Vinyl und Rigid-Vinyl haben noch einen kleinen Vorteil. Durch die geringen Aufbauhöhen von nur 5 bis 8 mm kommt die Wärme der Fußbodenheizung sehr schnell und sehr gut durch. Wer es schon beim Verlegen bequem haben möchte, der greift vielleicht auf Multilayer oder Rigid-Vinyl zurück. Die haben die Dämmung schon integriert. Die muss also nicht noch vorher separat verlegt werden. Die Dämmung ist auf der Unterseite aufkaschiert und sorgt in direkter Verbindung mit dem stabilen Trägermaterial für eine sehr angenehme Raumakustik. Wer lieber auf Holz setzt und daher zu Laminat oder Fertigpaket greifen möchte, der kann mit der richtigen Dämmunterlage die Geräuschkulisse entscheidend reduzieren. Sowohl die, die beim drüberlaufen im Raum entsteht, als auch die, die man einen Stock tiefer erlebt. Laminat ist immer eine gute Wahl, wenn Haustiere oder Kinder mit dem Spiel sind. Die Böden sind pflegeleicht, weitestgehend kratzfest und können überhaupt so einiges ab. Sowohl Laminat als auch Designböden gibt es in zahlreichen Stein-, Beton- und Fliesenoptiken. Man sorgt für den naturgetreuen Look, spart sich aber die sehr aufwendige Arbeit der Verlegung von Fliesen. Zudem habt ihr damit einen Boden, der irgendwann auch mal einfach auszutauschen ist. Soll so ein Boden dann auch noch in Feuchträumen verlegt werden, dann sind die Designböden euer Ding. Mit Klick-Vinyl, Rigid-Vinyl und mittlerweile auch mit einigen Multilayern kann man bei voller Garantie beispielsweise Badezimmer bestücken. Spätestens hier macht das mit der Fußwärme auch wieder ganz viel Sinn. Gerade bei Neubauten sind bodentiefe Fenster sehr beliebt. Das bringt viel Licht in den Raum, aber auch Wärme auf den Boden durch direkte Sonneneinstrahlung. Das muss der Bodenbelag in puncto Formstabilität kompensieren können. Laminat und Parkett haben hier kein Problem. Rigid-Vinyl und Multilayer erledigen das für euch, wenn ihr auf Designböden setzt. Wer neu baut, will meist ein Leben lang in dem Haus wohnen. Unsere Böden haben sehr lange Garantielaufzeiten. Einige sind aber buchstäblich für die Ewigkeit gemacht. Bei Fertig-Pakett muss man sich sowieso keine Sorgen machen. Die Dielen sind geölt und vollkommen natürlich aufbereitet. Im Gegensatz zu klassischem Parkett nutzt sich das nicht ab. Man muss es nicht mal schleifen. Nur alle paar Jahre den Ölschutz auffrischen. Es ist quasi unkaputtbar. Bei den Designböden gibt es ein Produkt, das da absolut mithalten kann. Core-Tec. Dabei handelt es sich um einen der hochwertigsten Designböden. Ein Rigid-Vinyl mit lebenslanger Garantie im Wohnbereich. Gegenüber dem Fertig-Pakett, aber auch allen anderen Hartböden hat dieses Rigid-Vinyl einen ganz besonderen Vorteil. Ihr könnt es über eine komplette Etage verlegen, ohne irgendeine Dehnungsfuge und Übergangsschiene setzen zu müssen. Garantiert sogar bis zu 400 Quadratmeter. Passt das für eure Wohnfläche? Ach und noch was ganz anderes. Neubau. Das ist ja ein Prozess, eine Planung. Manchmal gibt es auch Änderungen im zeitlichen Ablauf, weil hier oder da etwas nur verzögert fertiggestellt werden konnte. Egal ob ihr bei einer Filiale oder Online-Böden aussucht, vielleicht aktuelle Angebote nutzen möchtet, wir lagern euren Boden ein, bis ihr ihn braucht. Ihr könnt also bereits jetzt Boden shoppen, auch wenn das eigentliche Verlegen erst etwas später dran ist. Der Boden steht dann nicht die ganze Zeit auf der Baustelle im Weg rum. Trotzdem dran denken, alle Böden müssen sich erst an das Raumklima anpassen. Am besten 48 Stunden im zu verlegenen Raum lagern. Also lasst euch den Boden mit ausreichend Vorlauf liefern. Wenn ihr hierzu Fragen habt oder generell Unterstützung bei der Planung braucht, wendet euch gerne an uns. Ob in unseren Filialen oder beim Online-Telefonservice, sprecht mit unseren Fachleuten. Die lösen mit euch jede Herausforderung rund ums Thema Hartboden. Auch und gerade im Neubau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017